Herr Präsident, meine Damen und Herren, man kann eigentlich gegen den Antrag der Grünen nichts sagen. Dem kann man eigentlich nur zustimmen, weil das ist eine vernünftige Maßnahme. Und der Kollege Greins hat ja gesagt, dass man die Einsicht in die Notwendigkeit befördern soll. Nach Hegel ist das bekanntlich Freiheit, die Einsicht in die Notwendigkeit. Und diese Freiheit kann man befördern, indem man das auch stärker kontrolliert, um diese Einsicht und damit diesen Freiheitsgrad zu erhöhen. Ansonsten hat der Kollege Greins recht, dass es natürlich noch andere Themen gibt. Und da sind wir uns sicherlich auch einig. Weil wenn man sich die Unfallstatistik ansieht... Jetzt seid doch mal ruhig. Wenn man sich die... Nein, ich wollte ja beim Verkehrsteam bleiben. Wenn man sich die Unfallstatistik ansieht, wird man feststellen, dass die Raserei nur die drittwichtigste Unfallursache ist. Sondern dass wir insbesondere die häufigsten Unfälle im Kreuzungs- und im Querungsbereich haben. Und darüber sollten wir reden, wie in diesen Bereichen die Verkehrssicherheit jenseits der Blitzerei, die wir durchaus machen sollten. Ich habe es ja schon den Bezug zwischen Freiheit und mehr Blitzern hergestellt, wie wir das gewährleisten können. Ich danke. Ich danke. Ich danke. Ich danke. Vielen Dank.